Wenn du nicht hören willst, dann musst du eben fühlen. Das ist ganz einfach. Abgesekte Schrotwinde. Warum hat das er dann nicht in der Hand, wenn das ab... Na ja. Was ein Idiot. Was für eine Pfeife. Oh, was haben wir denn da hinten? Einen Wettstein. Eine Mini-Atombombe, die nehme ich mit, auf jeden Fall. Was sollen wir da oben liegen? Einen Hammer. Och, ich habe einen Hammer. Ich kriege einen Hammer gleich. Ne, will ich nicht haben. Noch einen Eimer. So was wie die Kotztöten in einem Flugzeug. Ach, dann nehme ich nicht. Ui, ui. Jagdflinde. Danke. Und 32er Schuss nehme ich. Und tschüss. Hm. Sehr schön. Wir laufen übrigens, ja, wir laufen richtig. Ah, review. Da unten ist ein Wohnwagen. Kann ich da drin schlafen eigentlich? Ups. Alle. Da ist, äh... Oh, da kann man drin schlafen. Das ist cool. Haben wir irgendwelche Feinde in der Nähe? Ja, haben wir. Da drüben. Ach, jetzt muss ich wieder hinlatschen. Moment, da war er doch gerade noch. Ah! Scheiß Fliege. Alles nehmen? Oh, der Herr hat keinen Kopf mehr. Er hat es an den Kopf verloren. Tja, hat er Bech gehabt. Ganz ehrlich, hat er Bech gehabt. Oh, oh. Oh, oh. Blöde Sau, du Blöge, du. Oh, oh, Holla. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Verschlossen Durchschnitt. Kann ich eh nichts mit anfangen? 24 Schuss, 44er Schuss, sieben Stück davon. Nein! Nach oben, nach unten, links, mit dem Schraubenzieher drehen. Ach so, hatten wir ja schon. Ich habe fünf Haarnadeln. Pass mal auf. Bevor ich da verkack. Und wieder ein Let's Fail mache. Geht. Äh, toll. Splittermin. Durchschnitt komme ich nicht ran. Brauche ich 50 für... Äh, da speichere ich nochmal. Das kann nämlich sein, dass es jetzt abschmiert, wenn ich schlafe. Und dann schlafen wir mal fünf Stunden. Ich will es nicht hoffen. Okay. Und für Sprengstoff brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr. Von, äh, mindestens 60. Jetzt fliegt die ganze Bude in die Luft. Das geht eigentlich. Ich dachte, es fliegt sie auch noch. In die Luft. Wie man gerade sieht. So schön. Äh, sie können nicht schlafen, wenn sie Strahlung ausgesetzt sind. Ja, schlafen wir mal eine Stunde. Dann sind wir wieder voller Energie und Tatendrang. Und können die nächsten Raider platt machen. Hehehe. Oh. Guck mal. Schau, da ist was. Da ist ein Tisch. Mit Fressalien drauf. Oh. Stange kippen. Hm. Ich liebe kippen. Ey. Leguan am Stiel. Wert 5. Ne mit. Oh, jetzt habe ich den Teller auch noch. Den Teller wollte ich gar nicht. Vorkriegskohle. Ne mit. Was geht. Schwitter Leguan. Und nochmal Leguan. Oh. Was haben wir hier? Eichhörnchen am Stiel. Hm. Knusprige Eichhörnchen bissen. Ratte gegrillt. Wo müssen wir lang? Da müssen wir rauf. In diese Richtung. Mal schauen, wann wir den Echsen gestörten über den Weg laufen. Ich glaube, ich habe da was gerade gehört. Äh, ja. War ja klar. Wieder so eine kleine Ratte. Upsala. Raider. Und hier haben wir eine Volt. Ich weiß jetzt nur eine, glaube ich, 106, ne? Volt 106 haben wir hier. Okay, haben wir das schon mal auf der Karte. Oh, ich bin stark. Ich kann es nicht hochheben. Also gut, dann eben nicht. Ich bin so stark, dass ich es nicht hochheben kann. Ich schieße dir die Eier, ob man es sein muss. Gepfui. Geh auf Hundeplatz. Mann, 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 Mann. Hund, 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 Hund. Wo ist denn da einer? Da ist was am... Irgendwas am Haken. Dann haben wir hier was am Haken. Und da kommt einer. Den haben wir erschossen. Den hat es erwischt. Mit seinem Flammenwerfer. Den hat es gekugelt. Vor Lachen. Würde ich mal sagen. Haben wir noch was Rotes auf der... Ne, haben wir nicht mehr. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Pip-Poi können Sie diese direkt aussuchen. Ach, ne. Bed and Breakfast. Hallo, mein Freund. Du hast eine Schrumpfwinde dabei. Hab ich gerade gesehen. Ne, der hat eine Pistole. Der hat eine Schrumpfwinde gehabt. Geh mal weg. Wer schießt? Ach so, da hinten steht er. Äh, wo war der jetzt da? War es so eine Minigun? Oder was? Flammenwerfer, glaube ich, war es. Äh, aktiviert. Was ist jetzt los? Ah. Ah. Ach komm, tu mir den Fall. Springmesser, Schrotpatron, das war er hier. Okay, eine Lackierpistole für 15. Nehme ich mal mit. Schlafen kann ich hier eh nicht. Oh, oh, Stimpack und Jet. Noch ein Stimpack. Hallo. Kreuzschlüssel, Lackierpistole und den Ledergürtel für 5. Dann haben wir hier noch Gleisnägel. Benzin und einen Bremshebel. Gas oder Bremshebel. Und da unten haben wir noch eine liegen. Da. Das Spiel steht schon auf sehr schwer, aber es ist sehr leicht, die Brüder hier über einen Haufen zu schießen. Ja, das, die Waffe ist nun mal ziemlich stark. Heftig, kann man sagen. Hallo, das ist eine Sniper. Auf einen Kilometer kannst du mal jemanden töten. Hat nicht umsonst 300er Winchester-Mack-Munition. Es gibt übrigens drei verschiedene Kaliber für die Waffe. Das ist einmal die 308er, die 300er und die 338er. Und die 338er haben einen ganz speziellen Namen. Die heißen Luana oder so ähnlich. Irgendwie so in der Richtung. Ich weiß es nicht mal. Oh, guck mal. Treffe ich nicht. Aber es ist ja auch egal. Ich muss sie ja nicht treffen. Das ist schon mal die Richtung, wo ich gehen muss. Dann gehen wir kurz da rüber zu dem Baseballfeld. Legen die zwei Chaoten um. Ach, was ist das denn jetzt so? Was war das jetzt? Gedenkfeld. Da ist gerade was. Ach, das ist ein Baseball-Handschuh. Baseball. Ach, da liegt sie. Sie hat sich gut getarnt, hat sie sich. Aber ich habe sie trotzdem entdeckt. Und hier haben wir noch eine. Baseballschläger und Raiderrüstung. Oh. Da oben drauf wissen wir, glaube ich, oder? Wissen wir da oben drauf? Ich weiß es gar nicht. Mal kurz gucken. Speichern. Dann gehen wir mal in Item. Item wollte ich nicht. Ich wollte Klamotten. Wollte ich reparieren. Natürlich. Und zwar machen wir erst die da unten. Den Helm brauche ich nicht. Das kann ich nicht reparieren. Das kann ich nicht reparieren. Das nicht. Das nicht. Das schon mal gar nicht. Das ist so mir wurscht. Die Pistole kann ich nicht reparieren. Oh, schau, die ist kaputt. Bestballschläger haben wir hier. Oh, ach so. Okay. Baseballschläger, Billardkühl brauche ich nicht. Springmesser, Splittermine, Kampfflinde, Jagdflinde. Die Kampfflinde hat Schaden. Pff. Soll ich denn damit anfangen? Obwohl. Ich nehm sie trotzdem mit. Ich nehm sie trotzdem mit. Jetzt hol ich mir erst mal die Flasche, die da unten steht. Nuka-Cola-Quantum. Da steht sie. Oh, oh, Freundchen. Pass mal auf, Freundchen. Hier schieß ich mal die Fresse weg. Nein, die ist doch. Jetzt. Meierloch. Drei Schuss. Und das Ding ist platt. Komm her. Du bist mir. Vielen Dank.